Ihr langer Weg zurück ins Leben Die bewegende Geschichte unserer Comedy-Trille Ich hätte nicht gedacht, dass aus diesem Drecksrissel hier ein Film wird Wenn ich die Spiele hätte, hätte ich auch nicht gedacht Aber wenn überhaupt nur du Anna Schuth spielt Gabi Köster Ein Schnupfen hätte auch gereicht Demnächst bei RTL